Mein Name ist Sebastian von Mamm, ich bin Professor für Games Engineering an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Mein Name ist Andreas Knote, ich bin Fachstudienberater für den Studium Games Engineering und wir wollen euch heute ein bisschen darüber informieren, was das Studium Games Engineering zu bieten hat, was die Inhalte sind, wie es abläuft und hoffentlich auch den Funken springen lassen, was so faszinierend daran ist. Genau, steigen wir einfach mal ins Thema ein, Andreas Games. In unserem Fall geht es fast immer um digitale Spiele, das heißt um Software, die Benutzereingaben effizient, schnell umsetzen kann in bewegte Bilder und Simulationen. Spiele sind quasi interaktive Systeme, interaktive Software Systeme, die hohen Ansprüchen gerecht werden müssen. Sie müssen effizient, also sehr schnell Daten verarbeiten. Der Benutzer will nicht darauf warten, der Spieler will nicht darauf warten, dass die Eingabe vom Gamepad oder von sonstigem Device lange auf sich warten lässt. Das ist ein spezialisierter Informatikstudiengang Games Engineering. Entsprechend geht es da eben darum, die technologische Perspektive und die Wissenschaft für die technologische Perspektive voranzutreiben und euch zu vermitteln, wenn ihr euch für den Studiengang entscheidet. Und entsprechend müsst ihr natürlich auch ganz viele Informatikgrundlagen im Studium lernen. Einerseits, genauso wie eure Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der Informatik, aber andererseits habt ihr dann eben auch spezialisierte Vorlesungen und Kurse wie die GameLabs. Was macht man denn da, Andreas? Die GameLabs sind eins der Alleinstellungsmerkmale dieses Studiengangs. In den GameLabs könnt ihr in Projekten, die jeweils über ein Jahr gehen, Spiele entwickeln, Spieletechnologien entwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist es, den gesamten Entwicklungsprozess eines Spieles nachzuvollziehen. Deswegen beginnt ihr mit der Konzeption, dem Design, der Umsetzung und dem Test eines Spiels. Wir nutzen dabei Industriestandards wie die Unity Engine oder die Unreal Engine und ihr könnt eure Ideen verwirklichen und kriegt von uns die professionelle Methodik beigebracht, sodass das Ding immer besser wird. Und das ist am Schluss wirklich eine gewisse Marktreife in Anführungsstrichen hat. Aber da bleibt das Ganze nicht stehen. Und dazu gibt es dann auch jedes Jahr eine dicke Expo. Also dieses Jahr war die leider ein bisschen virtuell verstümmelt, sag ich mal. Aber normalerweise ist das ein großes Event hier an der Uni, wo uns viele Leute besuchen und eure Spiele dann auch testen und viel Spaß haben. Man taucht dann immer tiefer in diese Technologie Perspektive ein und lernt Technologien wirklich zu entwickeln, um Spieleentwicklung, Spieldesign einfacher zu machen. Im Game Lab 2 zum Beispiel, da baut man individuelle Software oder Plugins für etablierte Game Engines. Was haben wir noch Tolles gehabt in letzter Zeit? Wir hatten beeindruckende Projekte von der automatischen Generierung von Häusern, die ihr dann in eure Spielewelt platzieren könnt, über die natürliche realistische Verbindung von verschiedenen Vegetationszonen zu optimierten Navigationsalgorithmen, mit denen viele, viele Agenten... Spricht da auch von Schwärmen oder Schwärmssystemen, wenn es ganz viele sind? Sichere Netzwerkkommunikation... Also es ist eine Unmenge von Beispielen, die eure Vorgänger und Vorgängerinnen im Studiengang generiert haben. Und es ist unglaublich, was da an Schaffenskraft umgesetzt wird. Und ganz am Schluss emanzipiert man sich von den Game Engines, die man runterladen kann, um dann Inhalte und Spiele zu schaffen. Emanzipiert sich insofern, als dass man dann wirklich sehr viel selbst programmiert, was auf unterster Ebene, auf Betriebssystemebene aufsetzt. Richtig. Wobei ich da immer Einhalt gebieten muss und sagen muss, ihr entwickelt keine Engine, ihr entwickelt primär ein Spiel ohne externe Engine. Und dabei purzelt halt erfahrungsgemäß so eine Art Engine mit raus. Und das gucken wir uns dann natürlich auch an, was man da dann optimieren kann, was man besser machen kann, damit dieser Code auch allgemeiner und universeller eingesetzt werden kann, um weitere Spiele auf ähnliche Art und Weise zu erstellen. Und jetzt haben wir gerade erläutert, wie durch das ganze Studium hinweg GameLabs die praktische Arbeit und die Integration von verschiedenen Wissensquellen ermöglichen und euch wirklich perfekt darauf vorbereiten, selbstständig tätig zu werden im Bereich interaktive Systeme und Games. Gleichzeitig ist es ein Informatikstudiengang. Das heißt, ihr müsst auch die Grundlagen der Informatik und der Mathematik für die Informatik lernen. Und deswegen habt ihr nicht nur das ganze Studium hindurch diese GameLabs, wo ihr dieses praktische Wissen in Projekten umsetzt und anwendet, sondern ihr habt auch ganz grundständige Vorlesungen wie zum Beispiel Algorithmen und Datenstrukturen, Grundlagen der Programmierung oder eben Mathematik, die die Informatik und auch das Games Engineering und die ganze Spieleindustrie ja erst möglich gemacht haben, in euch aufnehmt und internalisiert, dass ihr es dann auch entsprechend gut anwenden könnt. Wenn ihr diese Grundlagen aufgenommen habt, sind Spezialisierungsveranstaltungen in der Informatik mit Schwerpunkt auf interaktive Systeme, wie zum Beispiel eben Einführung der Mensch-Computer-Interaktion und interaktive künstliche Intelligenz und interaktive Computergrafik. Und was Andreas vorhin auch schon erwähnt hat, sind diese Assets, diese 3D-Grafiken, Animationen, Sounds, mit denen die virtuellen Welten gestaltet werden. Und für diese Perspektive gibt es auch einen dedizierten Kurs für die Games Engineers, der heißt Asset Development. Und abgerundet wird das Ganze natürlich noch mit Wahlfächern, die ihr wählen könnt, mit einem Seminar, wo ihr wirklich wissenschaftliche Recherche und wissenschaftliches Schreiben perfektionieren lernt. Das ist auch aufwendig. Manchmal ahnt man das nicht, was da auf einen zurollt. Und natürlich nebenher will man noch ein Praktikum absolvieren in der Industrie oder in der Wissenschaft, wo man sich eben für das anschließende Berufsleben während des Studiums schon orientieren kann. Genau, und in der Bachelorarbeit stellt man nochmal all sein Können unter Beweis und erarbeitet ein Thema wissenschaftlich mit den Methoden des Games Engineering. Und der Informatik und der Mensch-Computer-Interaktion, die so wichtig ist für Spiele. Weiterführende Kurse aus Game Design und Games Engineering, die wir teilweise mit der Fachhochschule für angewandte Wissenschaften hier in Würzburg-Schweinfurt, auch mit dem CCTB, dem Center for Computational and Theoretical Biology zusammen, Projekte von Teams, von Games Engineers, Informatikern und auf der anderen Seite eben Biologinnen und Biologen angepackt wurden und ganz erstaunliche Resultate hervorgebracht haben als Spiele, aber auch als Simulationen. Das hat sehr schön die Bandbreite gezeigt, mit denen Studierende des Games Engineering ihre Fähigkeiten einsetzen können. Wir hatten von Spielen, die wissenschaftliche Inhalte verbreiten, bis hin zu handfesten Simulationen biologischer Systeme, sicherheitsrelevanten Trainingssimulationen in Virtual Reality, das gesamte Spektrum der interaktiven Systeme abgedeckt. Nach dem Studium muss man natürlich mit dem Bachelor nicht unmittelbar in die Industrie einsteigen, kann man aber natürlich. Also da passiert ja jede Menge in Deutschland. Förderprogramme schießen da ja aus dem Boden und bereichern die Gaming-Szene. Aber es gibt eben darüber hinaus auch große Industriezweige, die wirklich dieses Games Engineering Wissen haben wollen und unsere Absolventen haben wollen. Und das ist in allen Bereichen der Informatik sowieso, Architektur, das Bauwesen. Dann haben wir natürlich aber auch Industrien, wie zum Beispiel Automotive, die darauf angewiesen sind, dass virtuelle Welten sehr exakt repliziert werden, sodass künstliche Intelligenzen dort lernen können und nicht irgendwelche Anfänger-Roboter-Autos durch die Gegend fahren und das grundlegendste Verhalten irgendwie auf echten Straßen lernen müssen. Also da ist viel Bedarf da. Und andererseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf den Bachelorabschluss einen Masterabschluss draufzusatteln. Und wir an der Universität hier bieten auch entsprechende Masterstudiengänge an. Man kann beispielsweise ein Informatik-Masterstudium anschließen, kann man den entsprechenden Schwerpunkt Games Engineering wählen, profilieren und fokussieren. Dann kann man auch zur Informatik rausgehen, in die Psychologie reingehen, indem man beispielsweise Human-Computer-Interaction-Master studiert. Gerade wenn diese menschliche Perspektive, wie der Mensch mit solchen Systemen interagiert, was für einen Effekt es auf den Menschen hat und so weiter, im Vordergrund stehen. Natürlich kann man diese akademische Schiene auch noch weiter treiben und man kann dann natürlich auch im Games Engineering promovieren, wie es der Andreas zum Beispiel gerade macht. Es gibt auch unabhängig von dem Studiengang verschiedene Studierendeninitiativen, zum Beispiel das E-Sports-Team der Universität Würzburg, mit denen wir in gutem Kontakt stehen und die wir auch gerne mit Hardware und Software unterstützen. Darüber hinaus gibt es immer wieder von Studierenden veranstaltete Game Jams, bei denen man sich trifft, um Spiele zu entwickeln. Hierfür können wir Räume zur Verfügung stellen. Genau. Wir sind auch mit dabei, wenn es um die Indie-Outpost-Würzburg-Events geht, wo sich die Independence-Szene im Game Development und Game Design aus der Würzburger oder Mainfranken-Region trifft. Und damit schließen wir ab, oder? Und schaut euch einfach noch ein paar coole Trailer an, die wir auf der Website geparkt haben. Vielleicht spielen wir jetzt gleich im Anschluss noch ein paar ein, wer weiß das schon. Und wir würden uns freuen, wenn wir euch persönlich kennenlernen und zu Gesicht bekommen und mit euch dieses coole Studium durchziehen können. Gut? Ciao! Ciao!